Julias Gedanken 1 von 38 Ich geh aber erstmal wieder hier rein. Was haben wir denn hier angefangen? Wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen für immer. Und das hatten wir doch schon. Nicht geklärte Sachen. Der Typ hat mich kein Glück erschossen. Ist das meine Ungeklärtheit? Immer doch. Lilien. Und Lilien. Wenn Roland Lilien sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch sehr kompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihr benannt. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Okay. Naja, dich wollte ich... Lass dich nicht stören, Kollege. Okay. Ganz friedlich hier im Buch lesen. Okay. Okay, der hat mir nichts zu sagen. Die pinnt. Sie sieht eigentlich ziemlich tot aus. Weil wer schläft mit offenen Augen. Er bewegt sich ja noch. Auch wenn er ein bisschen psychopathisch rüberkommt. Aber. Und creepy. Hier ist auch nichts. Und ich bin ja relativ ungestört bewegen. Da bin ich ja hochgekommen. Da bin ich ja hochgekommen. Da sind unsere Partygänger. Da müssen wir jetzt strukturiert mal kurz ablaufen. In uns sind jetzt hier gerade keine. Das sind die Treppen. Hier waren wir rein. Waren wir hier schon? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Doch. Bei unserem guten Pärchen kommen wir mal ein Fernseher an. Einfach nur. Weil ich es kann. Das Wenige, was ich kann, muss ich auch ausnutzen. Ich treffe mich hier wieder nach unten. Ich muss glaube ich hier nach oben. Okay Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, da kann ich nicht durchlaufen. Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Warum antwortet Agile nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Genau. Ich bin sicher, dass er nicht mehr hier ist. Mal so, als würdest du überlegen. Wenn mal das ist still. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Gott, warum erzählen sie uns nichts? Weil das ihr Job ist. Jetzt doch, was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Wenn wir einfach weitergehen und uns arbeiten ließen. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Das liegt in der Natur des Menschen. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Scott sollte sich mal entspannen. Genau. Entspann dich, Alter. Hier ist noch ein. Drei fehlen noch. Da in der Ecke ist wohl noch einer. Hey, Broils. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Pfeifen. Überraschende. Wunderschönen. Backster sucht das Mädchen. Krockenwächster hat sich nach einer vermissten Mieterin erkundigt. Verdammt, die war ein Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? 14 Hinweise soll es hier geben. Du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Details analysieren. Suchend, würde ich sagen. Suchend und zielsichern. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht. Oder nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Flashback abrufen. Das ist cool. Treffen mit Ronnens Eltern Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen den Treffen mit den Eltern des Außerkommen sind. Aber ich freue mich drauf und Ronnens Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronnens Dad fruchtete die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuchte er seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß. Und Lilian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, sie verstehen sich. Ich hoffe, sie verstehen. Wie sehe ich sie mal. Ich hoffe, sie sehen sich. Ich habe es sogar beendet. Der Aberkartier ist ein Geschäft. Ein Wunder fehlt noch. Wahrscheinlich in der ... ich glaube, hier oben war noch eine Wohnung. Aber mich würde ich hören, wenn ich vermischen. Ich habe das Gefühl, Sie wissen, dass er auch nicht mehr verwendet hat Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Gut, der Kopf hat nur noch einen Gedanken. Und ein... Ah. Wahnsinn. Rituell. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Beobachtend, sich versteckend, verängstigt. Ängstigt, würde ich sagen. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Das finde ich ganz cool, dass man dann so im Prinzip so ein Bild kriegt und man muss das analysieren. Die Frage, soll ich alle Hinweise nur in dieser Wohnung finden, oder? Ja. Verbrochen. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Bitte hier Details untersuchen. Bitte beachten, das ist dieselbe Christina Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salem gearbeitet hat. Eine der vermissten Mieterin, Christina Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Okay. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Cassian, das Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Okay, die Tochter wird sich wohl versteckt haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hier geht's nicht lang. Was? Ich muss ja noch Hinweise geben. Na, naja, wir sind mal weiter. Das Fenster ist aber auch nicht hier. Ah. Mein letzter Kampf. Wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Wirklich alles kann. Okay, ich muss hier in dem bleiben. Eine Tasche. Ein oder auspacken. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das hier zurücklassen? So, die Hälfte haben wir erst. Wo sollen die denn alle sein? Da ist eine offene Zahnpassertube. Mein Gott. Das ist ein Paket. Verlossen. Anzeichen eines Kampfes. Eine Konfrontation mit dem Mörder hat einen wilden Kampf geführt. Gehen wir mal. Ach. Ich suche mal einfach die ganzen Schildchen ab. Sechs. Eine Waffe. Hatten wir aber schon. Nee, hatte aber noch nicht. Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Das ist die sieben. Sechs. Acht. Fangen wir denn da an? Wo muss hier die Eins sein? Hier im Raum nicht. Aber gut, kann auch außerhalb des Raumes sein. Wir fehlen noch fünf Hinweise. Fünf. Der bringt mir nix. Die Wand hatten wir. Fenster auch. Das Gute ist, wenn man die einmal abgegrast hat, dass man die dann nicht ständig wieder anklicken kann. Also hierfür war noch eins. Ein Hinweis müsste auf jeden Fall noch hier sein. Kühlschrank ist auch nix. Kühlschrank ist auch nix. Was ist denn der letzte Hinweis hier? Was ist denn der letzte Hinweis hier? Umsehen. Die Lichter brennen noch. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Die Gitarre, die nehme ich. Das wäre doch gar nicht. Ein lausiger Hinweis. Ah, war ein Chinesisch essen. Mein Gott. Hier komme ich nicht weiter. Kann ich nicht durchlaufen. Ich kann natürlich jetzt einfach versuchen Mutmaßung anzustellen. Warum der Mörder hier war, aber den kenne ich nicht. Vielleicht hätte ich schon gerne vollständig. Lass mal ein bisschen genau mal hinkommen. Kann ich nicht sein. Die Waffe habe ich. Ich habe die Wand. Herzenleuchter hier liegt in der Hose. Keine Ahnung, was hat das in den Socken vielleicht? Ich habe die Bank. Da kann ich auch nichts erwarten. Da kann ich auch nichts erwarten. Da kann ich auch nichts für mich. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Gibt es doch keine. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Schöne Vase. Machen wir einfach weiter. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Schöne Vase. Schöne Vase. Schöne Vase. Schöne Vase. Da bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Warte raus. Wohin ist das Mädchen gegangen? Nach oben. Durch die... Ich denke mal nach oben. durch die Feuerleiter, Feuertreppe. Ne, ich muss hier weiter ermitteln. Hier komme ich auch nicht weiter. Aber ich kann mich ruhig entfernen, ja? Da ist hier eigentlich noch eine Wohnung. Derzeitiges Spielziel, Suche in der Wohnung nach Hinweisen. Ah, da steht es auch. Ja, nur noch vier Hinweise. Was haben wir denn hier noch? Beeinflussen. Ach, was würde ihn dazu bringen, die Akte zu bewegen? Wie er da rumstarrt, wahrscheinlich. Ja. Hm. Statusabfrage der Vermisstenmeldung? Nein. Okay, jetzt bin ich... Vielleicht. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Irgendwas habe ich hier auf jeden Fall nicht gefunden. Aber gar nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich alles zwei verkackt habe? Mögliches Ziel. Ach, schlechter als eins geht wohl nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, dass ich das noch nicht habe. Müssen wir weiter suchen. Nein. Aber der 요즘, wenn der beginne- t... auch jes Alex. Dann wäre das nichts drin. Ich kann mich jetzt hier wie vorherias Erinnerung. Aber das ist sci-ip. Aber das istomonATH Leben. Und das ist doch nicht immer noch nicht einfach. Aber das ist没 irrigativen. Aber ich weiß nicht, wo ich hier noch suchen soll. Der Koffer. Vielleicht kann ich denn das schon weggehen, aber... Nein. Wir können jetzt alles durchgehen, aber das ist ja... War nicht so Sinn der Sache. Ach, ansehen. Guck mal an. Nicht zu erkennen. Das sieht aus wie die Zeugin, aber... Was ist noch Wichtigeres auf den Bildern? Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Hm, Fotos der Zeugin. Als Beweise eingesammelt. Kann ich aus ihnen ableiten, wo es hier hin ist? Fokussiere Foto. Einige Objekte lösen bei Ronin ein Flashback aus. Folge den Geräuschen, die die stärkste physio- psychische Energie kennzeichnen. Was macht diese Geräusche? Der Priester? Das waren Glocken. Geist, die die Kirche ist immer da, um zu helfen. Zeugin hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. 13 von 14. Einen Hinweis habe ich nicht gefunden. Also ich kann die Ermittlungen jetzt abschließen, aber... Ich kann zwar keinen Hinweis geben. Ich bin draußen an der Tür, oder was? Geht ja nicht. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Ich muss das Mädchen die Zeugin finden und rauskriegen, was sie weiß. Ich muss das Mädchen die Zeugin finden und rauskriegen.